Ich bin Michael und Gruppenleiter bei Dataport für Lösungen und Polizeiverfahren. Für mich persönlich ist sehr wichtig, dass meine Arbeit sinnstiftend ist und dass wir einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten. Und das genau finde ich hier bei Dataport wieder. Mein Team und ich haben zusammen mit der Softwareentwicklung eine Lösung für die Polizei entwickelt, die es ermöglicht, schnell Vorgänge zu erfassen und medienbruchfrei an das System zu übermitteln, um Zeit zu sparen und Verbrechen schneller aufklären zu können. Wir machen digitale Zukunft. Machst du mit?